Yo, servus Leute, jetzt für mich Güterzug Durchfahrt in Langen-Selbold, das ist BR-152er, 148m3er Lok. Man fährt in Richtung Frankfurt bestimmt, über Hanau Hauptbahnhof, man, ihr habt auch gesehen gehabt, bei der Lok war noch der Scheibenwischer kaputt, habt ihr auch gesehen bestimmt, hier sieht ihn ja noch, da hatte noch zwei Sattelauflieger gehabt, wo da drauf stand DB Cargo, Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich, schreibt es in die Kommentare, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, ciao.